Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Sonic, euer Reiseführer durch die Welt von Max Payne 3. Und wie ihr seht, auf unserem tollen Ladebildschirm sind wir unterwegs, die komische Alte da zu retten, die am Anfang gekidnappt wurde. Und zwar in Richtung irgendwelcher alten Schiffe und Flüsse und irgendwelche Dinger hier. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen müde aussehe, habe gerade einen herrlichen Mittagsschlaf gehalten und werde mich jetzt damit aufwecken und wach machen, indem ich Bullet Time mäßig Kugeln in irgendwelche Köpfe reinschieße. So, da sind wir wieder bei Reps Play und wir spielen Max Payne, yo. Eigentlich voll der geile Reim, ist mir noch nie aufgefallen. Wo laufe ich denn überhaupt hin jetzt? Was haben wir denn für Waffen dabei? Nur eine Pistole, mit Schalldämpfer oder was und einer Grühbirne. Ja, hüpfen wir da runter. Here I was, some hopped-up Gringo, a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that have been lived out here in this swampy shithole. And I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Easy Po, easy. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation, right here. Right here. Oh, mal gucken, was uns hier erwartet. Oh, oh. Kante Felaur, preparate, reclammer, effе. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. Timbuktu. What are they, eh? Was ist das? Alter! Alter. Alter, Junge. Ich gebe mir erstmal ein bisschen Munition hier. Oh, hab ich das aufgesammelt? Geile Mucke hier. Warum kann ich die Pistole nicht nehmen? Ihr wollt mir die Pistole nicht geben. Ja, dann schauen wir mal weiter. Aha. Rein da. Rinde in die gute Stube. Es heißt, Temke Pega Wilma, Jim Bingenno no Papi. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Oh oh. Wo kommen die alle her, Alter? Alter. Wer hat mich denn beinah getroffen? Blöder Sack. So, den kriegen wir auch. Headshot. Oh. Im Vorbeigehen. Langsam habe ich es wieder raus. Langsam habe ich es wieder raus mit dem Geballer auf der Playstation. Haben die keine anständigen Munition? Die haben nur diese Kackwaffen. Das ist egal. Ne, komm. Wir nehmen die mit Schalldämpfer und Taschenlampe. Mach die Taschenlampe aus. Oh, eine Uzi. Ach ne. Hast du jetzt die Munition? Was stand denn da? Alter. Jetzt kann ich Uzi und das andere Ding da nehmen. Ja, komm. Aufladen. Äh, aufladen, nachladen. So. Kann ich das hier öffnen? Ich hoffe, dass ich Fabiana schneller finden werde, als später. Wenn nicht. Alter. Der ist ja bescheuert, der Kerl. Dann nach. Dann nach. Hier, 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 hier. Ah, 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 ah. Noch irgendeiner? Junge. Erst mal Pillen schmeißen. Hey, der sieht aus wie ich. Gib mir deine Munition. Ah, scheiße. Ah, ah. Irgendwo einer? Seht ihr noch einen? Oh, da. Oh, da. Guck. 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 What the fuck? Der ist einfach aufgetaucht. Fall um. Ich hab Angst. So. Oh. Wo. Komm, 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 komm. Wuh. Sorry. Bruna kawenka. Shit di kaka. Alter. Wie cool das einfach ist. Wie der auch immer so gegen die Sachen fliegt, ey. Oh, wenn die das hier so, dieses, äh, Bullet Time und sowas mal in Uncharted einbauen würden. Junge. Also nicht, muss nicht ganz so extrem sein, aber das ist schon übelst geil. Ähm. Den Raum finden, wo die Alte gefoltert wird. Hier. Der geht sehr langsam. Keine Handys. Kein Feuerzeug. Ah, es war hier. Oh, Pillen. Kameran dazu. Cash down their throats. So, wir haben sie verpasst. Da drinnen, äh, höre ich auf jeden Fall irgendwelche Segen. Segen. Ich hoffe, die sägen nicht an der Alten rum. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da drinnen, äh, höre ich auf jeden Fall. Schauen wir mal. Niemand kann dich auf jeden Fall. Niemand kann dich auf jeden Fall. Ihr Bögeziah, Safa. Du bist gut, äh. Du bist gut, äh. Du bist gut, äh. Hier sie war, in front of me. Der drinnen, fuhl in mir, wollte ich ein Spiel. Böge, fuhl! Aber ich hatte nur genug Sinn, dass ich wieder mit einem anderen Böden in Unchartedung. Ich hab ja nicht mal mehr Bulletin, Alter. Erstmal den da mit dem Gewehr. Oh, fuck. Kill sie alle! What the fuck? Du blöder Sack, Alter. So ein Pisser. Hinter die Kiste. Halt, äh. Komm raus, ey. Erwisch den doch, nein. What the fuck? Was war das denn? Was war das denn, Alter? Alter, das muss ich mir gleich nochmal angucken. So. So. Alter, wer... Gib mir Munition. Oh, yeah. Diese komischen Revolver sind übelst Kacke. Was haben wir denn da hinten? Pillen? Gibt's hier Pillen? Ah. Verrückt? So. Wir können wir nicht. Da liegt irgendwas. Goldene Waffen. Äh. I need to find a way to open it. Da vielleicht ein Knopf oder sowas? Äh. Ein Schalter. Da blinkt irgendwas. Was leuchtet denn hier? Da kommt. Oh. Na, die Lampe. Oh. Oh. Schön. kommen die denn jetzt her, ey. Ganz schön gruselig. Haben kann, ey. Komm, gehen wir hier lang. Guten Abend. Erstmal den und dann den da oben. Wo ist mein Fadenkreuz? Ich hab keins. So, den haben wir erledigt. Wuhu. Fliegt nie in die Luft. Wo ist der Cat von da oben? War der tot? Fels egal. Alter. Willen fressen. Die Munition ist fast leer. Ja, hier haben wir noch. Hier sind auf jeden Fall noch Menschen. Habt ihr da gerade einen gesehen? Ich weiß nicht, ob ich da einen gesehen hab. Alter, was ist das denn für ein Gerät? Koks, Geld, alles. Wir haben alles. Guten Tag. Ich bin, äh, Maximilian Schmerz. Aber ich weiß nicht, wie man Schmerz schreibt. Nämlich, uh, geil. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo hier einer ist, Alter. Einfach raus, komm. Ich hab genug Bulle-Time für hunderte Menschen. Oh. Wo sind die Katzen? Oh. Hier geht's. Verrückt durch. Schon wieder goldene Waffen. Seit wann find ich denn hier so goldene Waffen? Wozu? Bin ich da hoch? Wo soll ich denn lang? Hä? Wo kam die denn her, Alter? Ja, 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 ja. Okay, ich geh mal über die Brücke. Da oben. Gut, dass der Max immer mit sich selber redet. Dann können wir nämlich immer lauschen und wissen, wo es lang geht. So ist er, der Max. Go. Äh. Boah. Ja, da sind wohl ganz viele Menschen drin. Was geht denn hier ab? Uh. Ich will auch Granaten haben, Alter. Oh, oh. Ah. In die Beine. Boah, der hat mich erwischt. Boah. Ich hab, hab ich grad ne Granate abgeschossen? Den haben wir erwischt. Den auch. Wo kommt sie? Oh, oh. Nein. Alter, boah. Hört nach. Ist das ein Kerl? Ne, sah das schon aus wie ein Kerl. Boah, hier ist echt anstrengend, ey. Ey, jetzt hört auf mit den scheiß Granaten. Voll und. Unfair. Alter. Ich könnte mich gleich wieder ins Bett legen, Leute. So spannend ist das hier. Ne, Quatsch. Geht echt übels ab. Macht übels Bock. Aber ich empfehle euch, das Spiel auch mal selber zu spielen. Nicht nur hier so zuzugucken. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn es macht echt übels Bock, einfach allein diese ganzen Effekte hier zu sehen. In der Zeitlupe den Leuten die Fresse wegzuschießen. Da macht mir schon ziemlich Spaß. Alter. Oh. Vamos, Alaplyer. Oh. Wo schießt denn der hin? Warte, ist man da. Alter, pass auf mit dem Ding. Jawoll. Da, den kriegen wir auch noch. Bam, 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 bam. Den hoch. Ah, Granate. Lauf. Oh. Wo kommt der hin her? Lebt ihr noch? Lass nach, lass nach. Alter. Unter die Gründelinie. Oh. Friss, äh, Pillen. Das war ganz schön knapp. Wenn der da jetzt direkt geschossen hätte. Ich weiß schon, wenn ich noch mal eine. So, wo ist der letzte? Zeit für Max Payne Action. Achso, ich kann immer nur... Ne, komm, ich nehm die Waffe mit. Okay, weiter, komm. Der wird sich schon zeigen. Oh, da kommt der etwa noch mehr. Fehlt doch irgendeiner, oder nicht? Oh, ich mach mir grad Chicken Wings. Hey, wenn ihr wisst, wie gut das... Wenn ihr wissen würdet, wie gut das hier riecht gerade. Oh, lecker. Chicken Wings, Chicken Wings. Okay. Ja, dann drück mal den Knopf. Oder den Hebel. Das geht's. Lauf, 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 lauf. Ich mein, hier können sie ja nicht schwer paunen, oder? Kann man hier lang. Boah, da ist schon der Erste. Was ist das denn? Seid ihr behindert, Alter? Alter. Waren die mit nem Boot um mich rum? Oh, wo kommt man denn hier rein? Alter, wie viel der Kerl aushält. Unglaublich. Lass nach, komm. Boah. Hüpf. Was ist denn das für ein Teil? Ich dachte, das wär so ein rotes... ...un Fass vielleicht. Jawoll. Was hüpft der da rum? Triff ihn doch. Alter, Max. Was machst du für Scheiße? Ah. Einer müsste dann auch stehen. Ah, da sitzt er. Einer müsste dann auch stehen. Ah, da sitzt er. Kann man da durchschießen? Ne. Kacke. Vielleicht treffen wir ihn jetzt. Kann doch nicht sein, Alter. Ja, schön. Weiter geht's. Wo sind die Alte jetzt hin? Hier drin? Was gibt's hier drin? Nix. Nur bothafte Sachen. Äh. Da kommt man auch nicht durch, wa? Doch, kommt man. Alter. Alter, runter. Wow, 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 wow. Schön. Alter, ist der geflogen. Hier haben wir's auch gezeigt. Boah, kommt denn her. Egal, der ist tot. Man kann gar nicht ins Wasser springen, fällt mir gerade auf. Alter, wie viele Menschen es hier gibt, die ich einfach töten muss. So, ihr werft bestimmt gleich wieder Granaten. Ach, Mist. Legt euch nicht mit Max an. Komm, 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 komm. Oh, fuck. So, den haben wir erwischt. Komm, komm, komm. Ja, schön. Der Kerl ist ein richtiger Spast, der dahinter sitzt. Erzähl ich von dir, das hat ein Spast, das. Spast wahr. Komm, leg dich. Tuck dich. Wir hätten hier geschossen. Sorry, Leute, hier ist mir gerade die Aufnahme verreckt und ich hab's nicht gemerkt. Deswegen ab hier kurz einfach schauen. Und ich esse weiter. Ich esse jetzt Chicken Wings, meine ich. Und dann spiele ich nach der Pause weiter. Für euch. Bis dann. Ciao. 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 Acelera, caralho! Max! Matt! Mensch! Dammit! Max! Max! Alles gut? Was ist passiert? Wo ist Fabiana? Sie haben sie in eine Bode genommen. Daher. Okay, okay. Hör auf. Ich muss mich auf. Die ganze Operation ist aus unserer Grip. Ich war ein über-zufrieden Schumpf, um in die Jungle zu gehen. Shit! ... ... Anzug! Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren Fenster einblenden. Klickt da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch Dreht ihr, schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken Denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobe